So Leute, da sind wir wieder. Diesmal mit dem Splashfest Ergebnis. Genau, ich bin gespannt, wer es gewonnen hat. Ich hoffe, dass es Donner ist. Ich hoff's auch, ja. Jetzt, wie wir gespielt haben, war es auf jeden Fall besser als letztes Mal. Ja, auf jeden Fall, ja. Weil wir haben nicht so oft gegen uns eigentlich. Erst nur zweimal oder sowas. Aber ich glaube, dass es irgendwie mehr ziemlich ausgeglichen ist. Und ab geht's. Und? Ja, das sei dir wieder, wer weiß es. Ah ja, jetzt kommt. Ja. Genau, die Ergebnisse sind da. Schauen wir mal über die Stimmen. Ich glaube, das sind ziemlich ausgeglichen, glaube ich. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, das ist ziemlich ausgeglichen. Ja, doch so ein großer Unterschied. Ja, schon. Ich meine, 35 zu 56 Prozent. 47, ja. Fast. Ja, okay. Jetzt haben wir jetzt diese... Komma stelle. Jetzt haben wir... Und? Oh, das ist nicht spannend. Und? Und dann? Puh! Ich glaube, das haben wir gewonnen. Das heißt, wir kriegen wieder ordentlich Asche. Das war der Supermarschein. Genau. Das heißt, Donny hat das komplette Splatfest eben gewonnen. Das ganze Splatfest-Turnier. Und jetzt bin ich schon gespannt, ob das jetzt öfter so vorkommt. Ja, ich hoff's mal. Das wäre auf jeden Fall geil. Mhm. Da können wir ja irgendwas drehen und ja. Genau, genau. So. Das wissen wir schon. Schauen wir mal, wie viele Supermuscheln wir sehen. Ich glaube, 24. Ich war ja auf jeden Fall fern gegen Pleiter. Aber beim nächsten Mal war es, glaube ich, über 20 oder so. Wo du verloren hast. Ja, 24. Siehst du wohl unterschiedlichstens gar nicht mal? Ob du gewinnst oder verlierst. Ich glaube, 20 oder 24 ist ja fast wurscht. Oha, ich habe schon 184 Supermuscheln. Oder? Oder? Jede Supermuschel zählt, weil eben bei ihm nicht nur die ganzen Dienste brauchst. Ja, viele waren nur bei ihm die ganzen Fragmente. Und das Ganze eben ändern willst du brauchst du schon sehr viele. Und je nachdem, was du damit vorhast. Okay, okay. Na gut, dann mach's was für das Ergebnis. Genau. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Stream, das höchstwahrscheinlich. Ähm. Nächste Woche, das dann Freitag sein wird. Oder Donnerstag sein wird. Oder Mittwoch sein wird. Und mal schauen. Auf jeden Fall nächste Woche dann mit Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ja. Das wollen wir auf jeden Fall streamen, weil Ja. Das ist derzeit gehypt. Und das werden wir auf jeden Fall dann kaufen und dann loslegen. Ja. Ich tippe mal so auf Mittwoche, das könnte auch Donnerstag sein. Aber gut, dann danke fürs Zuschauen. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.